Hallo und herzlich willkommen zu unserem Total Warhammer 2 Durchgang mit den Hochelfen. Wir starten eine neue Aufnahme und werden dort weitermachen, wo wir bei der letzten Aufnahme aufgehört haben. Und zwar sind wir einmal mit unserer Mannschaft, unserer Hauptarmee hier oben unterwegs und müssen uns gegen die Safari wehren, die uns den Krieg erklärt haben. Wir haben in der letzten Folge deren Hauptarmee, denke ich mal, dass das die war, schon ausgelöscht. Das heißt, wir werden uns jetzt hier rüber Richtung Schrein des Assyrian machen, anschließend hier hoch zum Weißturm und dann hier hoch und hier hoch. Wir werden uns einfach mal hier durchessen. Was ist das denn eigentlich hier? Das gehört zum Land von Ifresse. Die sind uns ja wohlgesonnen. Ich weiß nicht, ob man mit diesem Gegenstand, mit diesem Ort, was man anfangen kann, da können wir ja mal schauen. Gut, unsere zweite Armee ist hier unten und wird gerade noch aufgebaut. Und zwar ist das Halitja, der Fürst, den wir heuer erkauft haben mit unseren Erlasspunkten. Erlasspunkten? Einflusspunkten. Und ja, den müssen wir jetzt auf volle Stärke bringen, denn hier drüben hat uns Kaledor den Krieg erklärt. Das heißt, mit dieser Armee müssen wir dann hier rüber. Ich glaube, der Kaledor hat nur... Der hat nur in dem Bereich... Irgendwas. Okay, nee, geht doch bis ganz hier hoch. Wir schauen mal, der hat aber nur eine Siedlung, komischerweise. Die Ruine hier wurde uns ja genommen von Tiradoc. Was etwas schade ist, die wollten eigentlich wir haben. Ich schaue gerade, ob hier irgendwo noch eine Ruine ist. Offenbar gibt es hier keine Ruine mehr. Wir haben ja noch einen Auftrag. Eine Mission, bei der wir uns um die Ruinen kümmern müssen. Eventuell müssen wir dann irgendwie ausweichen in die Überseeländer. Gut, dann haben wir hier oben noch... Wer ist das denn? Hallo? Das hat man im ersten Teil hier einfach anklicken können. Dann ist er automatisch hier runter zum entsprechenden Eintrag gesprungen. Macht er jetzt nicht. Avelorn ist das. Die können uns nicht wirklich leiden. So, ja, eher in der Mitte so. Ich denke mal, das wird das nächste Ziel werden. Dass wir uns hier diesen Bereich sichern. Und dann wird es schon daran gehen, dass wir uns um unsere Verbündeten kümmern müssen. Eventuell machen wir die dann zu Vasallen, wenn das funktioniert. Oder wir überlaufen die. Aber bis dahin kann noch ganz viel passieren. Ich darf nicht zu weit vorausplanen. Wer weiß, was uns da noch alles dazwischen kommt. Gut, dann warten wir hier unten mal ab zwei Runden. Oh, drei Runden sogar sehe ich hier. Bis wir fertig sind mit der Rekrutierung. Dann wird in der Zeit auch unsere Kohle etwas weniger werden. Wir können momentan nichts weiter bauen. Das heißt, wir können jetzt nichts anderes tun, außer in die nächste Runde zu wechseln. Hier wird unsere Armee noch aufgefrischt. Da sind wir soweit in sieben Runden. Was ist das denn? Oh, wir sind nicht. Wir sind nicht in der Siedlung. Wir sind nicht in der Siedlung. In vier Runden. Okay. Na gut, besser als sieben. Also, nächste Runde. Gleich können wir ja schon ein, zwei Runden vorher hier hochgehen. Ich denke mal... Ne Quatsch, wir wollen erst nach links. Wir wollen erst nach Westen. Ich denke mal, er hat ja nichts. So, er marschiert wieder zurück. Ja, was willst du denn? Ein Schutzbündnis. Wir machen mal kein Schutzbündnis. Wir haben mit euch... Mit euch haben wir einen Nicht-Angriffspakt, soweit ich mich erinnere. Wir haben einen Nicht-Angriffspakt und einen Handelspakt. Wir brauchen kein Schutzbündnis. Ich will mir nicht zu viele Freunde machen. Auf der anderen Seite sind uns die schon sehr wohlgesonnen. Können wir denn... Wir nehmen jetzt mal an und dann schauen wir, wenn die Runde zu Ende ist, ob es hier sowas wie eine Konföderation wieder mal gibt. So wie im ersten Teil. So, also Verhandlungen. So, immer hier runterschwenkt. Keine Ahnung. Also, wir haben hier die Ivresse. Kriegskoordinationsziel verfügbar. Ah, dann könnte man jetzt quasi noch sagen, dass die zum Beispiel hier eine der Städte angreifen sollen. Aber das machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich denke, das schaffen wir ganz gut alleine. Wir schauen aber mal, ob wir jetzt hier Konföderation beitreten. Uh, sogar schon gelb. Wow. Das ist jetzt die Frage. Sollen wir das schon machen? Sollen wir es probieren? Wenn wir das machen, dann haben wir natürlich einen Sack voll Armeen hier. Und einen Sack voll Einheiten. Dann würden uns eins, zwei, drei, vier, fünf Städte gehören zusätzlich. Wie cool wäre das denn? Wir probieren es einfach mal. Nein, nicht militärisches Bündnis. Ah, Mann. Ich bin ganz nervös. Konföderation beitreten. Führt zu Instabilität im Lande. Diplomatische Beziehung minus 40 mit Hochelfen. Öffentliche Ordnung minus 8. Wir probieren es mal. Es wurde uns ein Gegenangebot gemacht. Militärischer Zugang. Wir können ja militärischer Zugang machen. Habe ich kein Problem damit. Ich wollte aber eigentlich hier Konföderation machen. Ah, wollen sie das nicht. Okay. Ist auch okay. Dann probieren wir das einfach später nochmal. So. Wir können unseren Kollegen hier, unsere Heldeneinheit, die bisher nicht gerade mit Erfolg geglänzt hat. Wo ist die denn? Ich dachte, die wäre hier. Oder ist der schon wieder verwundet? Nö. Ah, du weißt. Wo sehe ich? Ah, da ist er. Oh Gott, oh Gott. Da hält er sich glatt noch versteckt. Den schicken wir jetzt hier hoch. Einfach mal, um auszukundschaften. Ob er hier noch was hat. Hier zum Beispiel. Dann können wir ja hier was machen. Einheit angreifen. 56 Prozent. Und er schafft es wieder nicht. Die Pfeife! Zum sechsten oder siebten Mal schon über 50 Prozent. Und er schafft einfach nichts. Das war die größte Fehlentscheidung, die wir bisher getroffen haben, dass wir den eingestellt haben. Ei, ei, ei. Hochkant würde ich den jetzt gerne rauskicken. Wenn wir Ersatz hätten. So, wir warten jetzt noch, würde ich sagen, ein, zwei Runden. Vielleicht zwei Runden. Dann marschieren wir hier rüber. Wobei wir hier jetzt auch schon rüber können. Ist doch jetzt nicht dramatisch. Wir können jetzt auch schon rüber. Wir können ja das einnehmen ohne Probleme. Ach, da fährt er gleich mal übers Meer. Meer übers Wasser. Können wir denn gleich an Land gehen? Was macht er denn jetzt? Okay. Der optimale Weg ist zurück nach Angerial. Dann hier über Land zurück. Hier hoch und dann rüber. Was ist das denn? Wer denkt sich denn diese... Jetzt hör auf, kann ich hier nicht an Land gehen? Das wäre ja... Na gut, wir probieren es in der nächsten Runde. Hier können wir... Oh, hier können wir was bauen. Überall sogar können wir die Städte ausbauen. Dann machen wir das erstmal in der Hauptstadt. Das kostet bestimmt Schweineviehkohle. 4.000 Goldstücke. Wir haben aktuell 9.500 und verdienen nur noch 347. Das heißt, das wird jetzt relativ knapp. Wenn ich hier mal schaue. 125. Das heißt, wir werden uns den hier nicht mehr leisten können. Na gut. Dann probieren wir es mal. Vielleicht klappt es mit den drei noch. Ich denke aber, dann werden wir schon über kurz oder lang ins Minus kommen. Sehr ärgerlich. Gut. Nächste Runde. Die Kohle macht mir etwas Sorgen. Ah, jetzt kommt er hier. Und er hat es nicht geschafft, hier das einzunehmen. Echt jetzt. Militärischer Zugang für Elydion. Da haben wir auch einen Nicht-Angliefspakt und einen Handelspakt mit dem hier oben. Ja, könnte man machen. Militärischer Zugang tut jetzt keinen Weg. Nee, also ist es okay. Hätte man noch ein bisschen Geld fordern können. Ah, er hat die Stadt offenbar verteidigt. Das kommt uns ganz zugute. Dann reibt er hier die Armeen sich selber. Die reiben sich auf. Und wir können unbeschadet hier den Bereich im Süden einnehmen. Das ist ganz gut. Dieser Ort ist voller natürlicher Ressourcen, mein Herr. Sie könnten euch gehören, wenn ihr ihn einnehmt. Der weiße Turm vielleicht. Oder was meint er hier? Aber Ressourcen haben wir ja in den alten hier. Da haben wir ja auch schon. Da haben wir Ressourcen. Wein zum Beispiel. Hier drüben haben wir Salz. Hier unten haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Was haben die denn für Ressourcen? Sehe ich gar nicht. Da steht nichts dabei. Vielleicht sehen wir das erst, wenn wir die eingenommen haben. Hallo. Box. Ja, ich nenne dich einfach mal Box. Okay, dann probieren wir mal, dass wir hier irgendwie wieder an Land gehen können. Das ist ja ärgerlich. Ich kann nicht. Die Setzung ist... Nein, 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 nein. LRK. Anker weg. Da hätten wir ja gleich hier runterlaufen können. Sehr ärgerlich. Na gut. Dafür werden dann in der Zwischenzeit nochmal die Armeen etwas geheilt. Während wir hier unsere extra Runden drehen. So, hier sind wir durch. Wir haben noch 198 an Plus. Die Frage ist, holen wir uns noch... Kavallerie eher nicht. Holen wir uns nochmal eine Infanterie. Die 115, das wird sogar noch gehen. Dann machen wir das doch. Machen wir die 20 voll. In der Hoffnung, dass wir demnächst wieder die ein oder andere Mission erfüllen. Und dann eventuell neue Gebäude bauen können. Hier oben zum Beispiel können wir auch upgraden. Gibt... Ja, 45, 15 Gold mehr Einkommen. Aber auch mehr Bauplätze. Das heißt, eventuell können wir da ein bisschen upgraden. Gut. Das ist ja was, Mensch. Wir können noch irgendwas machen. Ja, hier oben. Held nicht bewegt. Ja, ist ja okay. Seit wann kommt denn die Meldung? Held nicht bewegt. Seit wann kommt denn das? Oh, jetzt sehe ich es auch. Hier sieht man die aktuell gewählten Fähigkeiten. Hier haben wir ja nur Attentat. Ist doch okay, wenn er sich nicht bewegt. Da bewegt man halt kurz. Da oben sehe ich auch schon eine Ressource. Das heißt, hier unten haben wir eigentlich keine. Da hat der Berater mal wieder falsch gelegen. Und er hier unten verteidigt hier erfolgreich. Hoffentlich gegen den Süden. Und dann marschieren wir jetzt in der nächsten Runde gleich mal hier runter. In der Hoffnung, dass er ungeschützt ist. Oh, da baut er langsam auf. Oh, da müssen wir zuerst hier hoch. Wir müssen zuerst hier hoch und hier oben für Ruhe sorgen. Wenn wir gleich mal marschieren, dann kommen wir nicht so weit. Okay, wenn ich dich jetzt auswähle, wieso zeigt er mir? Da zeigt er mir nochmal die... Ah, der zeigt quasi sofort an, wie weit wir in der Marschstellung laufen können. Gar nicht mal schlecht. Ist okay. Wir gehen erstmal hier rein für diese Runde. Dann haben wir jetzt quasi eine Ehrenrunde gedreht. Wie doof ist das denn? Jetzt sind wir wieder da, wo wir vor zwei, drei Runden waren. Ah, Mist. Und dann müssen wir hier hoch und müssen hier belagern. Gut. Dann ist er hier unten fertig. Mit dir marschieren wir. Da machen wir mal einen Gewaltmarsch. Ich hoffe, wir können hier durch. Ich denke mal schon, dass wir hier unten durch können. Städte für Ritualressourcen steht hier. Ja, und er hat keine kleine Armee. Nee, hat eine ähnliche Armee wie unsere. Na gut. Probieren wir einfach mal. So, unser Held hier. Der soll es nochmal probieren. Einheit angreifen. 56 Prozent. Endlich. Endlich hat er es geschafft. Das darf doch nicht wahr sein. Ich mache gleich mal einen Screenshot. Das ist jetzt der zweite Erfolg von neun oder zehn Versuchen. Immer über 50. Gut. Wen hat er denn verletzt hier? Elise. Hat er jetzt hier den Anführer? Oh, da ist der Anführer jetzt weg. Offenbar. Das ist gut. Das ist schön. Und wir können auch noch aufleveln. Jetzt müsste hier doch der zweite Punkt gehen bei Attentat. Genau. Na gut. Dann neue Runde. Mal schauen, ob er nochmal Truppen dazu bekommt. Ne, sieht nicht so aus. Das ist gut für uns. Ein Ereignis, das Vorrecht der Jugend. Ein junger Prinz, ungestüm und ohne jede Erfahrung mit höfischen Gepflogenheiten, sprach sich öffentlich gegen seinen Ältesten aus. Ein Affront gegen Ehre und Etikette. Der Aufschrei am Hofe ließ nicht lang auf sich warten. Der Phönixkönig ist zwar nicht verpflichtet, bei höfischen Rangeleien zu intervenieren, doch der Prinz hat durchaus Potenzial. Es wäre ein Jammer, wenn er infolge bloßer Naivität in Ungnade fiel. Wir können ihn zurecht erweisen. Hofwächter bekommen wir. Erfolgschanze der Heldenaktion plus 10%. Das wäre was für unseren Edlen. Im Privaten zurechtweisen. Rekrutierungskosten plus 25%. Dafür würden wir Einfluss erhalten. Wie viel haben wir denn aktuell? 26. Schatz kann man minus 1500 plus Einfluss plus 20. Oder seine Verdammung zulassen. Also das Beste wäre ja hier der Hofwächter. Ja, dann machen wir das. Okay, und jetzt müssen wir natürlich, oder dürfen wir nicht vergessen, dass wir das ihm hier zuweisen. Das müsste doch hier drin sein. Hofwächter, genau. Alle anderen sind schon vergeben. Denn das passt. Jetzt hat er hier 10% mehr Erfolgschanze. Vielleicht hilft ihm das, dass er etwas besser vorwärtskommt. Wir haben aktuell ein Plus von 88 Gold nur noch. Das ist sehr wenig. Können wir denn noch irgendwas bauen, was uns Kohle bringt? Momentan nicht. Können wir eventuell Handel treiben mit irgendjemandem? Eventuell sind die Piraten schon gewillt? Wahrscheinlich eher nicht. Nicht-Angriffs-Pakt wäre grün. Handelsabkommen noch nicht wirklich? Nein, Herr. Soll man ihnen ein Nicht-Angriffs-Abkommen anbieten? Vielleicht kommen wir dann besser zum Handeln. Wir machen das mal. Und dann warten wir mal eine Runde. Geht das jetzt auch schon? Dann warten wir mal ein, zwei Runden. Ich denke mal, da müssten sich jetzt die Beziehungen verbessern. Und dann können wir da eventuell noch ein paar Goldstücke rauspressen. So können wir jetzt hier direkt angreifen. Das wird sehr knapp, sehe ich hier. Vielleicht geht sogar. Wir reiten mal rüber mit unserem schmucken neuen Pferd. Ne, wir kommen nicht rein. Es reicht offenbar nicht. Ganz. Not possible. Not possible. Geht nicht. Sehr schade. So, der hat wieder einen neuen Anführer. Dann probieren wir das in der nächsten Runde nochmal, dass wir den Anführer raushauen und dann greifen wir an beziehungsweise belagern. Wie viele Steine haben wir denn hier? 99, aktuell 5 bekommen wir pro Runde. 53 brauchen wir. So, wir können noch Technologie erforschen. Milizausbildung, Einheitenerfahrung plus 2 für Rekruten, der Speerträger und Bogenschützen. Wir sind eigentlich jetzt schon momentan ganz gut ausgebildet. Das heißt, wir brauchen keine neuen Einheiten. Nachladezeit plus 15 für Bogenschützen und Seegarde ist nicht schlecht. Rüstung für Illyrianische Grenzreiter. Die müssen wir doch eigentlich hier drüben jetzt haben, oder? Ja, die haben wir hier drüben. Wäre also auch nicht verkehrt. Rüstung plus 10, Flottendisziplin. Führerschaft plus 5 für Seegarde. Und ach, das war das mit dem Nahkampf für unsere Bogenschützen. Ist natürlich, nee, das machen wir bestimmt nicht. Das ist rausgeschmissene Technologiezeit. Die Bogenschützen sollen ja nicht in den Nahkampf kommen. Dann machen wir mal die reduzierte Nachladezeit. Bogenschützen sind immer gut. Gut, alles soweit. Nee, wir können noch was machen. Oh, wir können ihn noch bewegen. Das heißt, dann werden wir... Oh, da wird es aber nicht reichen. Nee, es reicht nicht. Wir bewegen uns langsam vorwärts. Wir könnten eventuell auch noch plündern. Können wir das überhaupt? Hinterhalt als Hochelfen? Nö, wir können nur die Winde der Magie manipulieren. Wir können nicht plündern. Na gut, dann marschieren wir ganz normal hier vor. Und in der nächsten Runde greifen wir dann an. Ich hätte gehofft, dass er schon etwas besser dezimiert ist. Aber er hat nicht mal einen Anführer, so wie es ausschaut. Gut. Wir können immer noch was machen. Was können wir denn noch machen? Den Art Duval können wir noch bewegen. Das ist ja jetzt irgendwie schon blöd. Wie können wir denn das einstellen? Schauen wir mal kurz. Kommandant nicht bewegt. Held nicht bewegt. Dann nehmen wir mal hier den Haken raus. Das ist gut. Kommandant nicht bewegt ist okay. Wenn er uns davon dann warnt. Das hat uns ja gerade hier den Hinweis gegeben, dass wir hier weiterziehen können. Von daher ist das schon ganz gut. Aber bei den Helden ist es relativ egal. Aber wir brauchen unbedingt mehr Kohle. Kalidor. Kalidor. Oh, er kommt raus. Und... Oh, offenbar gar nicht mal so schlecht. Was hat er denn? Er hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Infanterieeinheiten. 3, 4, 5 Bogenschützen. Und einmal Kavallerie. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11 Nahkämpfer. Na gut. Dann, ich schweige mal. Wir schauen uns mal die... Hallo. Wir schauen uns mal das Gebiet an. Gut. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das ist... Puh. Bei so Gefechten, wo es hier so 50-50 steht, da müssen wir auf alle Fälle strukturiert vorgehen und nicht so wie bei den anderen Kämpfen. Das heißt, wir müssen immer schön... Da hätte man vielleicht mit der anderen Armee jetzt runtergehen sollen. Ah, die wäre etwas erfahrener gewesen. Da hätte man viel bessere Ränge gehabt bei den Einheiten. Hier haben wir halt noch überhaupt nichts. Na gut. Also, dann machen wir das mal. Wir stellen eventuell erst mal die hier so auf. Schön breit. Dann unseren Anführer, der momentan noch überhaupt nichts kann. Der ist Stufe 1, oder? Dann stellen wir die restlichen drei vielleicht dahinter auf. Dann unsere Bogenschützen davor. Und die Kavalerie, die können wir sogar außerhalb jetzt stellen, tatsächlich. Das heißt, die können wir eventuell hier rüberziehen. Hier macht es keinen Sinn. Da kommen wir nicht weiter. Da sind wir etwas zu eng dran. Wir könnten auch unsere gesamte Armee ein bisschen hier rüberziehen. Nö, das passt schon so. Also, dann machen wir hier die Kavalerie hier hoch. Und dann lassen wir die mal auf uns zukommen. Ich hoffe, das klappt so. Habe ich was vergessen? Ich gruppiere mal, sicherheitshalber. Wir haben überall wieder den Wachmodus eingeschaltet. Und die kommen auf uns zu. Das ist schon mal gut. Der Feind hält die Anhöhe. Greift mit um. Ja, ja. Der Berater immer. Hallo, egal. Und noch mehr. Dann warten wir jetzt ab. Wir bringen eventuell die jetzt gleich mal hier rüber. Zur Sicherheit. Den einen lassen wir noch in der Mitte. Die bringen wir auch hier hoch. Dann können die nämlich von hinten schön hereindrücken. So. Bogenschützen sind gleich in Reichweite. Aber er hat halt auch jede Menge sogar. So. Jetzt geht mal Gas. Beide schießen. Hier kommt die Kavallerie. Oh, die Kavallerie soll hier dann gleich die Bogenschützen im Angriff nehmen. Dann holen sich die beiden das hier. Dann machen wir hier. Machen wir das so. Dann bringen wir die mal ein bisschen rüber. Aber unseren Kommandanten schicken wir gegen den anderen Kommandanten rein. Dann holen sich die Kavallerie, holen sich hier diese wunderbaren Bogenschützen. Hier sieht es noch ganz gut aus. Wir können auch eventuell. Man flüchtet ja schon, sehe ich gerade. Sehr schön. Gleich wieder zurückziehen. Wir bringen die mal hier rein. Hoppla. Ein bisschen eckiger Weg hier. Dann bringen wir die hier rein. Und eventuell können wir hier auch noch in den Rücken fallen. Nehmt die mal ein bisschen in die Zange, Mensch. Gebt mal Gas. Was ist denn los? Hier, die stehen jetzt natürlich nur rum. Können wir uns eventuell die holen. Immer schön durch. Wie sie fliegen. Wie sie wunderschön fliegen. Hier auch. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Das war vielleicht nicht so klug. Aber ich denke mal, das ist schon okay. So, die kämpfen jetzt hier gegen die Bogenschützen. Die haben, äh, sind schon mal etwas gebunden. Dann, wir haben hier noch die Bogenschützen. Wieso die auch immer hier stehen. Ich weiß es nicht. So, dann holt euch mal die hier drüben. Oh, ich liebe diese Nahkampfeinstellung. Können wir halt nur machen, weil es momentan einigermaßen gut läuft. Aber wie lange sich hier diese Bogenschützen halten. Das ist der Hammer. Sollen die hier noch ein bisschen abfangen. Ist okay. Ja, und das war's. Ging jetzt doch etwas einfacher. Wir haben halt einfach die schiere Übermacht gehabt. Wir werden noch ein bisschen hier uns die Leute holen. Damit wir, damit wir später nicht so viel zu tun haben. Können wir hier noch ein bisschen vielleicht wenigstens was mitnehmen. Das wäre halt schon sehr nett. Der feindliche General müsste gestorben sein. So, jetzt machen wir mal etwas schneller. Egal. Und noch mehr. Er lädt auch gerade. Wo haben wir zwei runter? 7, Watt. 36 Stunden noch. Okay. Ich gehe mal davon aus. Dein Internet ist nicht das Schnellste. Das ist ja blöd. Wenn man da so lange warten muss. Heieiei. Du Ärmster. Das ist ja echt schade. Höhe, 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 Höhe. Den erwischt's jetzt. Er wird einfach niedergetrampelt. Aber er lebt noch. Gut. Und ich denke mal, da sind wir jetzt soweit fertig. Ja. Also, Gefecht beenden. Ich bin ja begeistert, wie es bisher mit den Schlachten läuft. Da habe ich schon schlimmere Umweile gesehen. Ja, aber wir haben halt auch fünf Einheiten mehr gehabt als er. Von daher. Aber da ist er selber schuld, wenn er uns einfach angreift, anstatt in seiner Festung zu bleiben. Die jetzt natürlich um einiges einfacher einzunehmen ist. Wir gehen auf Einheiten verstärken. Oh, das bringt richtig viel. Da machen wir unsere Einheiten wieder voll. Wunderschön, wunderschön. Tja, da verzieht er sich wieder. Der Husenscheiße.